Guten Morgen. Tatsächlich ist es nun mal so, dass die Bundeswehr da ist, deshalb braucht man auch dazu eine Haltung und die werden wir gleich mal abfragen. Nun war es ja so, dass Thomas Oppermann ein Ultimatum gestellt hat. Guten Morgen, Frau Kipping. Guten Morgen. Ein Ultimatum, in dem er sagt, entweder dürfen die Parlamentarier jetzt tatsächlich dorthin fahren und die Soldaten besuchen oder aber man muss sich zurückziehen aus Inschilek. Teilen Sie das? Also zunächst muss man sagen, es geht überhaupt nicht, dass deutsche Parlamentarier nicht die Bundeswehr dort besuchen können, weil wir haben eine Parlamentsarmee und Parlamentsarmee heißt nicht, dass das Parlament einfach abnickt und sich alles gefallen lässt, sondern muss heißen, dass man auch entsprechend sich das kontrollieren und anschauen kann. Zum Zweiten finde ich, das ist ja nur das Tüpfelchen auf dem I, das Erdogan hier sagen, die Parlamentarier, die demokratisch gewählten Parlamentarier so ignoriert. Und generell muss man, finde ich, ist das Bündnis mit Erdogan abzubrechen. Denn wir sehen ja, was Erdogan jetzt macht. Er ist einmarschiert in Teile von Syrien und hat ganz klar die türkische Regierung eine Ansage gemacht, sie wollen dieses Gebiet bombardieren mit einem Ziel, um dort die Kurdinnen und Kurden, die Kräfte, die wirklich dem IS militärisch die Stirn geboten haben, jetzt zu bekämpfen. Und das heißt, Erdogan geht es nur darum, ein türkisches Aufmarschgebiet zu haben und mit sowas sollte sich die Bundeswehr nicht gemein machen. Nun ist es ja aber andererseits so, dass auch die USA, wenn wir jetzt schon darüber reden, gesagt haben, wir bitten die Kurden, die syrischen Kurden, sich zurückzuziehen hinter den Euphrat und somit sozusagen keinen Korridor, keinen kurdischen entstehen zu lassen. Das heißt, die Türkei ist neuerdings mit den USA gemeinsam und wir sind ja nun auch in der NATO, wir sind ja auch dabei, wir können doch gar nicht anders, oder? Ja, aber was Erdogan macht, konterkariert doch alles, was angeblich das Ziel der NATO ist. Also ich meine, es geht doch Erdogan nicht darum, den Terror zu bekämpfen. Er hat ja unter seinem Vertrag islamistische Milizen, also die Truppenteile, die jetzt dort einmarschiert sind, da sind islamistische Milizen dabei. Insofern ist ganz klar, es geht nur darum, eine kurdische Autonomie zu verhindern. Und zum Zweiten will die Türkei dort mit am Tisch sitzen, wenn über die Zukunft von Syrien verhandelt wird. Und vor dem Hintergrund finde ich, die Bundesregierung muss jetzt endlich Flagge bekennen und deutlich machen, es geht nicht, dass es hier quasi einer kompletten kurdischen Bevölkerung, dort der Krieg angesagt wird. Kommen wir nochmal zurück zu den Abgeordneten, die ja auch Macht haben, wie wir sehen. Als Parlamentsarmee kann man ja stoppen, dass der Einsatz weitergeht. Sind denn auch von der Linkspartei Abgeordnete dabei, die jetzt mit dorthin reisen wollen und wenn, warum eigentlich? Was kann man da eigentlich lernen, wenn man als Abgeordneter vor Ort ist? Wir haben das von Anfang an kritisiert, diesen Einsatz, weil wir auch den Eindruck hatten, dass die Politik der NATO gerade in dieser Region nicht dazu geführt hat, dass die Welt sicherer wird. Aber natürlich beteiligen wir uns dann an einer Kontrolle dessen und auch einer kritischen Begleitung gerade der Politik, die stattfindet. Und ich finde nochmal, alle Parlamentarier jetzt sind gefragt, sich nicht einfach zum Anhängsel eines komischen Deals mit Erdogan zu machen, sondern ganz klar zu sagen, zur Demokratie gehört auch, dass man Konsequenzen zieht. Halten Sie es denn für möglich, dass die Koalition dann tatsächlich auseinanderfällt und die Union sagt, wir machen weiter? Das hat ja Frau von der Leyen auch signalisiert. Und die SPD dann zusammen mit Grünen und Links sagt, nein, wir stoppen das? Es wäre schön, mal sehen, ob die SPD-Abgeordneten dann auch den Mut dazu haben. Aber lassen Sie mich noch einen Satz generell in Bezug auf Syrien sagen. Ich finde, verschiedene Großmächte versündigen sich dort an der Bevölkerung. Man muss auch ganz klar sagen, das russische Bombardement muss aufhören. Und es braucht jetzt eine sofortige Waffenruhe, auch mit Blick auf die eingeschlossene Zivilbevölkerung in Aleppo. Dankeschön, Katja Kipping. Ich glaube, in dem Punkt sind sich sicherlich alle einig, dass das Bombardement aufhören sollte und müsste. Aber wir sehen ja, das alleine hilft noch nicht. Und dann zurück zu dir, Anja. Soll die Bundeswehr aus dem türkischen Incilik abziehen? Das war die Linken-Chefin Katja Kipping bei unserer Frau in Berlin, Christiane Mayer. Vielen Dank.